Das verrät der erste Buchstabe deines Namens über deinen Charakter. Personen mit dem Anfangsbuchstaben L sind unabhängige Menschen, die gerne ihren Freiraum haben und es genießen, Zeit alleine zu verbringen. Dein Name beginnt mit dem Anfangsbuchstaben A, dann gehörst du zu den Menschen, die sehr ehrgeizig und zielstrebig sind und gerne ihre Träume verfolgen. Wenn dein Name mit einem M beginnt, nimmst du dir gerne Zeit, Menschen zu verstehen und ihnen zuzuhören. Freunde wissen es sehr zu schätzen, dich zu haben. Beginnt dein Name mit einem S, dann steht das für Stärke. Du bist eine mutige Person, die sich gerne Gefahren stellt und dabei ein großes Herz hat. Mach das Herz rot und das Plus weg, wenn ich auch die anderen Buchstaben machen soll.